Sport im Lippe mit Frank Schröder. So, jetzt habe ich hier heute einen Sitzen, der strahlt schon die ganze Zeit so. Das ist der 23-jährige Dennis Bröker. Du bist Dennis Motorsportler, da liege ich erstmal nicht verkehrt mit. Genau, das stimmt, richtig. Du fährst in einer speziellen Serie, in so einer Art Tourenwagen. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht gleich am Anfang wieder was ganz verkehrtes. Das ist der Logan Cup. Genau. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, der ADAC Dacia Logan Cup, das ist eine Tourenwagenserie, eine Einstiegsserie. Da fahren alle dasselbe Fahrzeug und die Serie an sich, die wird halt eben in Oschersleben ausgetragen. Und Oschersleben ist eine Strecke, die kennt man ja, hat man schon mal gehört, wenn man im Motorsport ein bisschen was zu tun hat. Die GTM hat schon dort ihre Meisterschaftsläufe ausgetragen, die GT Masters trägt dort ihre Läufe aus, also die ist schon sehr bekannt. Ist das eine Profistrecke? Das ist eine Profistrecke, also die ist richtig abgenommen von der FIA und absolut professionell. Du sitzt hier in deinem Rennanzug, ist das so ein feuerfestes Ding? Ich habe gerade schon gesagt, ganz schön warm hier im Studio, nicht, dass er anfängt zu schwitzen wie eine Sau. Nein, also im Fahrzeug wird es teilweise noch deutlich heißer, also da können 60 Grad erreicht werden. Und Feuerfest ist auf jeden Fall vorgeschrieben. Das muss alles nach einer bestimmten Norm abgenommen sein, damit man da mit dem Anzug auch an den Rennen teilnehmen kann. Ja, und daran merkt man auch schon, du bist so semi-professionell unterwegs, kann man das so sagen? Oder ist das noch ganz amateurhaft? Wie ordne ich das ein? Ich würde das als semi-professionell einordnen, weil ich da halt eben noch nicht mein Geld mitverdiene, aber ich schon erste Sponsoren habe, womit ich mir erste Rennen finanzieren konnte. 15.000 Euro im Jahr musst du aufbringen? Genau, 15.000 Euro muss man einkalkulieren. Das kann natürlich noch mehr werden, wenn man jetzt Schäden hat, aber 15.000 Euro, dass man wirklich das Fahrzeug hat, dass man die Rennen fahren darf und dann halt eben noch die An- und Abreise und Hotel und alles. So, jetzt verrate uns, wie groß deine Leidenschaft ist. Wie viel kriegst du da mit Sponsoren zusammen von den 15.000 Euro? Ich konnte jetzt dieses Jahr drei Rennen bezahlen von acht. Ja, und wenn man da mit 23 Jahren an so einer Schwelle steht und vielleicht auch noch mal ein bisschen höher hinaus will, dann gehe ich davon aus, dass du als Kind schon immer Motorsportler werden wolltest. Ja, das stimmt, obwohl ich da halt relativ spät reingekommen bin. Also, es fing mit 13 Jahren an, dass ich dann mich auch in einen Verein angemeldet habe, beim MC Wüsten, beim lokalen Verein in Bad Salz-Upplen. Genau, den kennt man auch. Die haben jahrelang viel gemacht da, ne? Genau, Slalom, ein bisschen Rundstrecke, hauptsächlich halt eben Slalom. Da bin ich dann auch schon ein bisschen in Deutschland rumgekommen, habe dort an Wettbewerben teilgenommen und das hat auch ganz gut funktioniert. Da konnte ich auch die ein oder anderen Pokale einfahren. Wenn sich ein Sponsor jetzt angesprochen fühlt, immer her mit den Tausendern, ja, also gerne an Dennis Bröker wenden, dürfen auch Hunderter sein, nehme ich an. Also, auf der Suche einer Sponsoren bist du natürlich Tag und Nacht. Ja, logisch. Und für die Sponsoren ist das natürlich auch eine gute Sache. Die können sich in einem tollen Umfeld, können die sich präsentieren im Motorsport. Das ist ein ziemlich packender Sport und ziemlich dynamisch. Das ist schon sehr attraktiv, sich dort zu zeigen. Dennis Bröker ist bei mir aus Bad Salz-Upplen, 23 Jahre alt. Will mal großer Motorsportler werden, ist im Moment noch semiprofessionell unterwegs im Logan Cup und wir quatschen gleich noch ein bisschen. Jetzt erstmal zwei Stück Musik hier. Schönen Abend mit Radio. Radio-Lippe. Wir lieben Lippe. Sport im Lippe mit Frank Schröder. Der Rennfahrer Dennis Bröker aus Ostwestfalen-Lippe, das steht auf seiner Homepage. Dennis Bröker aus Bad Salz-Upplen ist bei mir, 23 Jahre alt, möchte mal ganz oben an die Spitze im Motorsport. Ich weiß gar nicht, mit 23, da muss ich jetzt aber Gas geben langsam. Ja, das stimmt. Also es gibt welche, die halt in dem Alter schon in Formelklassen unterwegs sind. Aber es ist halt immer auch eine Geldfrage einfach. Das meiste kommt halt eben durch meinen Job rein. Logan Cup ist eine Serie, in der du 15.000 Euro im Jahr investieren musst. Du fährst in so einer Art kleinen deutschen Tourenwagen. Kann man sich das vorstellen, wenn man nicht so das Bild vor Augen hat. Genau. Und fährst in Oschersleben auf einer professionellen Rennstrecke. Haben sicherlich viele Hörer auch schon mal gehört, Oschersleben. Die nächsthöchste Klasse. Was würde das dann kosten im Jahr? Da würden wir schon bei 60.000 Euro liegen. Da würde ich aber auch alleine fahren. Und dann sind die Rennstrecken auch nicht nur in Oschersleben, sondern auch in Hockenheim, Nürburgring. Also vier Rennen sind dann in Deutschland und die anderen vier Rennen sind dann halt eben im Ausland. Also dann geht es richtig zur Sache. Genau, dann geht es richtig zur Sache. Und die Rennen werden auch live übertragen im Internet und alles. Was ist das für eine Rennenserie dann? Das ist der Renault Clio Cup Central Europe. Renault Clio Cup? Genau. Renault Clio, kenne ich nur, das sind doch diese kleinen Büchsen. Ja, da fahren die Rennen mit, die Leute. 230 PS, ziemlich leicht die Fahrzeuge und da geht es schon ordentlich zur Sache. Sitzt du in so einem Überrollkäfig dann, wie man sich das klassischerweise vorstellt in so einem Auto? Genau, drumherum ist ein Käfig. Also dicke Eisenstangen, ne? Genau, dicke Eisenstangen, meine Sicherheitsausrüstung. Also ich würde behaupten, dass der Motorsport teilweise sicherer ist als im Straßenverkehr, weil wir halt dementsprechend gut drauf haben. Denke ich mir auch manchmal, wenn ich von Lemko nach Depp und fahre. Dein Helm liegt hier vor uns, ne? Genau, richtig. Da hier mit dem Visier, ich ploppe mal drauf, dass Sie es uns auch glauben. Was wäre so der Traum? Deutsche Tugendarmann-Meisterschaft? Ja, es ist natürlich ein wahnsinnig schöner Traum. Also sehr hoch vom Prestige. Die Rennen, die werden alle übertragen und es sind auch immer viele Zuschauer da. Obwohl im Renault Clio Cup, da sie halt eben im Rahmen der ADAC GT Masters ausgetragen werden. Viele Rennen sind da auch teilweise 60.000 Zuschauer. Also ist das so eine Art Vorveranstaltung vor dem Hauptrennen, was ihr dann macht mit dem Renault Clio Cup? Oder ist das das Hauptrennen? Genau, richtig. Im Rahmen der GT Masters. GT Masters ist ja die Liga der Supersportwagen. Also Audi R8, Mercedes, alle möglichen Markenhersteller vertreten mit den Supersportwagen. Läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Genau, wenn man dann die Möglichkeit hat, eben vorher schon im Clio Cup dort teilzunehmen. Das motiviert natürlich unglaublich. Das ist eine tolle Fläche, um sich zu präsentieren. Also erstmal ist es aber trotzdem Deutsche Tugendarmann-Meisterschaft ein Traum und wird wahrscheinlich auch einer bleiben. Wenn man es realistisch sieht, ja. Aber wenn man jetzt sieht, René Rass zum Beispiel, der ist mit 30 in die DTM reingekommen, hat jetzt in seiner Rookie-Saison direkt den Titel geholt. Der Mindner ist das hier. Genau, das habe ich mitgepickt. Der hat gekämpft, Jahr für Jahr. Der hat es dann nachher auch in die GT Masters geschafft. Ist in der GT Masters gefahren. Genau. Also Basis-Ufeln Minden ist nicht so weit. Dann ist es auch immer zum Essen treffen. Kennst du den Typen, oder? Leider bist du ja noch nicht kennengelernt. Ja, vielleicht hört er das ja. Man weiß es ja nie, wo der gerade unterwegs ist. Ist auf jeden Fall ein Vorbild. Also, lass es dann in den ersten ein, zwei Rennen mal richtig krachen im März. Auf jeden Fall. Und dann siehst du, glaube ich, schon, wo die Reise hingeht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass dein Helm hier irgendwann dann auch die dicken, fetten Aufkleber um drauf hat. Von mir aus von irgendeiner großen Versicherung dann, wie das bei Schumi mal der Fall war. Und auf das du uns lipperst stolz machst. Okay, daran arbeite ich.